Gude und herzlich willkommen hier zur zweiten Gruppenphase der Clash of Clans Weltmeisterschaftsqualifikation im April. Und wir haben natürlich wieder ein deutsches Team mit dabei und zwar die Dark Looters mit dem lieben Wale, Flossi, Yves Kalle, Knowledge und dem Bum. Und wie die sich hier in der Gruppenphase gegen richtig starke Teams schlagen, das seht ihr in dem Video. Ich habe hier alle Highlights für euch vorbereitet. Mit dabei im Stream war der liebe Maxi. Da geht nochmal ein Riesenlob an den raus. Er hat das wirklich richtig stark gemacht. Hat sich letzte Season mit Tribe Gaming schon qualifiziert und hat mir hier quasi als kleiner COC-Experte im Stream geholfen. Nochmal vielen lieben Dank und jetzt geht's los. Viel Spaß! Es ist dann auf jeden Fall nochmal was ganz anderes dort anzugreifen auf so einer Bühne. So viele Leute, die einem auch zugucken. Es sind ja jetzt nicht nur die Deutschen, sondern im englischsprachigen Raum gucken denen immer hunderttausende Leute zu. Und da ist dann schon der Druck relativ hoch, weil man will sich ja dann auch relativ gut präsentieren. Und das ist sehr schwer. Mit wem kommentierst du heute? Ausrufezeichen Gast. Ich habe den lieben Maxi mit dabei. Aber wir konzentrieren uns jetzt hier auf den ersten Angriff von Bum. Oh ja. Das ist schon mal eine interessante Base. Mit einem Single-Inferno am Rathaus. Fällt direkt auf. Das könnte auch. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe mit Chazo ein bisschen geschrieben. Und der hält relativ viel von Bum. Der sagt, sobald der sich sicher ist beim Angriff, dann sind das fast immer drei Sterne. Und bin ich mal gespannt, ob er das jetzt hier mit den Queen Charge Lalo auch hinbekommt. Ein Jump-Zauber mit dabei. Da hat Chazo recht. Bum ist auf jeden Fall einer der sichersten Angreifer. Hammer Typ, Hammer Angreifer. Aber auf Rathaus 12 muss man echt sagen, so sicher, dass es drei Sterne werden, kann man sich halt nie sein. Weil es echt die schwerste Rathausstufe ist, wo die Hit-Rates irgendwie unter 10% liegen. Da muss dann schon auch viel passen. Aber Bum ist auf jeden Fall ein Kandidat dafür. Zum Beispiel hat man jetzt gesehen, die Ausführungen bisher sehr gut. Die haben gesehen, dass man den Mauerbuch anscheinend sogar ohne Freeze machen kann. Also der Frostzauber auf den Multi-Inferno kam sehr spät. Und was jetzt hier echt angenehm ist, ist, dass die Gegner eine CC, also eine Clan-Burg-Truppen hatten, die aus einem Babydraff nur zwei Eis-Golems bestehen. Aktuell sind eigentlich eher Lava-Hunde das Stärkste. Und diese Eis-Golems, da die ja etwas abgeschwächt wurden und in der Verteidigung nur noch die Hälfte der Zeit die Frostwirkung haben, sind die eigentlich immer recht angenehm, wenn man die facet. Ja, da ist ein Lava-Hund auf jeden Fall sehr böse. Jetzt muss er aber so langsam seine Queen zünden. Die hat richtig wenig HP gehabt. Das hat er zum Schluss noch gemacht. Die läuft jetzt hier ein bisschen unglücklich. Sein Lalo wird jetzt hier auch schon gestartet. Das Rathaus ist jetzt aktiviert. Sein Wächter fliegt jetzt hoffentlich mit den Loons zusammen zum Rathaus. Die Loons werden jetzt hier alle vergoldet. Wunderbar, er hat jetzt noch einen weiteren Wutzauber und zwei Eilzauber. Und das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Noch zwei Magier-Türme leben jetzt hier. Der letzte Lava-Hund. Das war ein perfekter Warden. Das hat er sehr schön gemacht, dass er diese Tornado-Falle abgewartet hat. Das sollten drei Sterne werden. Der wird jetzt den Wut hier gleich noch draufschmeißen. Genau, auf die letzten Verteidigungsgebäude. Der Wächter tankt da auch auf jeden Fall nochmal. Und das sieht jetzt hier nach dem ersten richtig geilen Angriff an aus für Boom. Richtig stark hier von Boom. Sehr stark. Da klatscht er auch schon ab. Wird kein Time-Fail, also ist halt leicht locker. Das war perfekt. 20 Sekunden hier noch übrig. Die Loons und die Larkies werden jetzt hier die letzten Gebäude auf jeden Fall noch holen. Und dann sehen wir direkt im ersten Angriff den ersten Triple von Boom. Und der beweist, dass er hier zu Recht mit dabei ist. Richtig stark. Genau, Packer Smash. Ich glaube, du musst mal deinen Livestream einmal aktualisieren. Du bist so zwei Sekunden, drei Sekunden hinter mir. Ja, okay. Habe ich ehrlich gesagt eben sogar schon mal. Aber ich mache es nochmal. Genau, Go Kalle. Dem drücken wir jetzt hier wieder die Daumen. Mit seinem Packer Smash. Du hattest auf jeden Fall recht. Wir haben hier von allen Spielern die Lieblingstruppen mitgenommen oder markiert. Oder die Spieler sollten das einmal sagen. Und da hat er die Schweinreiter ausgewählt. Aber leider kann man natürlich nicht jede Base mit einer Angriffstrategie angreifen. Sondern man muss sich da auf die Base immer... So, hier ist es jetzt schon mal sehr, sehr schön, dass er die Heiler verspätigt gesetzt hat. Dadurch hat er gewartet, bis die Queen die Luftabwehr kaputt gemacht hat. Dann konnte er die Heiler von einem etwas steileren Winkel von so zwei Uhr auf der Base gesehen reinschicken, damit die nicht in die Reichweite des Multi-Infernus kommen. Und was ich sehr angenehm finde, ist, dass er hier mit einem Jump-Spell reingeht, statt mit der Ramme. Und dadurch hat er dann Backend, also am Ende von seinem Hit hinten raus nochmal den Slammer. Der halt echt nochmal viel Damage machen kann. Und vor allen Dingen, der einen taktisch guten Teil der Base rausnehmen kann. Er setzt jetzt hier den Felsenwerfer auch auf den Multi-Inferno-Turm. Die Truppen sind jetzt hier in der Base-Mitte. Da war leider eine ziemlich gute Tornado-Falle. Queen wurde jetzt hier eingefrostet, genauso wie der X-Bow. Die Truppen leben jetzt hier immer noch. Kommen hier jetzt auch relativ weit. Der Felsenwerfer lebt hier auch noch. Man nimmt außen alles jetzt hier raus. Die Bowler in der Mitte sterben jetzt so langsam aus. Er kann aber gleich nochmal seine Queen zünden. Da lebt jetzt hier noch eins, zwei Multi-Inferno-Türme. Leider geht jetzt der Felsenwerfer auch. Seine Queen kann er immer noch zünden. Und auch der Angriff sieht jetzt hier gar nicht mal so schlecht aus. Ein Heil-Eilzauber hat er noch. Den versetzt er jetzt hier, glaube ich, so ein bisschen. Oder wollte den so später setzen. Geht jetzt hier außen zur Kanone, Multi-Inferno-Turm. Wird jetzt von den Loons noch rausgenommen, oder? Geht da und er kann seine Queen immer noch zünden. Wird das hier der nächste Drei-Sterne-Angriff vom deutschen Team. Das wäre natürlich der optimale Start. Queen jetzt hier gezündet, damit die schneller durch die Mauer kommt. Das müsste reichen, ehrlich gesagt. Und es sieht wirklich gut aus. 30 Sekunden hier noch auf der Uhr. Die beiden Bogenschützen und der Lucky sind unten auf dem Lager. Und die nächsten Drei-Sterne hier fürs deutsche Team. Was ist denn hier los? Der absolut perfekte Start. Er hat zwei Triple bei zwei Angriffen. Was ist hier los? Und da freut er sich jetzt nochmal. Jetzt ist es offiziell. Die nächsten Drei-Sterne hier für Dark Looters. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Das kennen wir doch. Ähm, ja. Dass er einen Bum-Angriffen hat. Mal gucken, was die drauf machen. Jetzt hier einen Queen-Charge-Miner. Also trauen sie sich jetzt hier den Lalo nicht ganz zu fliegen. Es ist natürlich auch immer sehr riskant, den Lalo zu fliegen. Ja, aber die haben den ungefähr auch nicht gesehen. Kann halt auch sein, dass die die Idee nicht hatten. Äh, ja. Das kann natürlich auch sein. Haben sich jetzt hier für den Queen-Charge-Miner entschieden. Und ich bin gespannt, ob er damit eventuell auch erfolgreich ist. Mit Queen jetzt hier. Ja. Ein schöner E-Drachen-Value. Der hat dann einen Bogey-Turm und einen Magier-Turm rausgeholt. Und einen guten Teil der Base. Also das sind, glaube ich, jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gebäude gewesen. Also viel mehr kann man von so einem E-Drachen nicht erwarten. Okay, jetzt hier die Ramme. Auch sehr gut platziert. Nimmt jetzt hier gleich den X-Bow Dawn. Die Queen hat aber richtig wenig HP. Aber da kommt auch nicht der Wut-Zauber. Nee, da wird eiskalt. Die Queen ignoriert. Das war richtig stark. Also das zeigt, dass man ein sehr guter Spieler ist. Aber jetzt hier der Luftfeger. Der Luftfeger, er muss die Queen zünden. Das war jetzt aber zu lange gewartet. Jetzt hier den Wut-Zauber und die Queen gleichzeitig zünden müssen. War es natürlich jetzt sehr unglücklich gewesen. Das stimmt. Nachdem ich ihn gerade so gelobt hatte. Ja. Und jetzt kommen hier auch die Miner rein. Die Queen hat jetzt hier den Adler auch rausgenommen. Nimmt jetzt hier nochmal den X-Bow raus. Der Wächter ist aber nicht ganz so fix bei den Minern, oder? Er sieht noch da, jetzt wird er gezündet. Hat glaube ich doch alle Miner mit erwischt. Die Queen ist jetzt hier immer noch dabei auf die Mauern zu gehen. Der Päcker wird jetzt hier nicht helfen. Der nimmt sich einfach eine andere Mauer davor. Der wird jetzt hier der Wut-Zauber geworfen. Eine Minute. Jetzt kommt der Heil. Ja. Eine Minute. Das sieht sehr gut aus. Ist hier noch übrig? Ja. Und die Queen und der Päcker. Also ich sage, das sind drei Sterne. Aber ich habe ja eben schon mal falsch gelegen. Alles gut. Du weißt gar nicht, wie oft ich in so Livestreams meine Meinung wechsel. Das wären drei Sterne. Okay, doch zwei. Time Fail. Okay, vielleicht doch drei. Eventuell doch zwei. Das ist immer sehr schwer zu sagen. Aber ich stimme dir zu. Ja, das sieht hier auf jeden Fall nach einem sehr guten Angriff aus. Und hier der nächste Triple auf die Base. Dein Sekunden hier noch übrig. Da freut er sich jetzt hier schon. Falls man eine Base kopieren will, sollte man diese nicht nehmen. Genau. So, Tesla geht jetzt hier down 99%. Da ist der erste Triple hier für das japanische Team. Wieder mit dem Päcker Smash. Fledermäusen. Auch das hat sich ja so... Guck mal, mit sechs Päckers. Das ist schon krass. Gestern haben wir neun Päcker gesehen. Hast du die Angriffe gesehen? Alter. Das war richtig lustig. Das war einfach nur noch Päcker. Also das war wirklich Päcker Smash. Weil das war ein Päcker und das war's. Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier... Ja, aber also empfehlen würde ich das grundsätzlich nicht. Ich auch nicht. Der hat jetzt hier mit zwei Päckers zum Funneln benutzt. Sehr, sehr teuer. Ja, richtig, richtig teuer. Und da die Truppen kommen jetzt erst hier in die Mitte. Aber auch hier eine sehr ekelhafte Base hier von Toto. Warden oder Wächterfähigkeit. Ich versuche es immer auf Deutsch zu halten, die ganzen Sachen. Hier sehr schön gezündet. Die Rathausbombe damit gedodcht. Die Fledermäuse kommen jetzt hier auch. Frostzauber jetzt hier ein bisschen. Was denn? Weil du gesagt hast, ich versuche es hier auf Deutsch zu halten. Und dann sagst du, die Rathausbombe gedodcht. Ja, ähm, ja. Die Rathausbombe wurde... Ja, wie sagt man das denn auf Deutsch? Weiß auch nicht. Vermieden halt, könnte man sagen. Vermieden. Boah. Das hört sich aber schon richtig deutsch. Es ist halt immer sehr schwer, mit den ganzen englischen Begriffen das auf Deutsch zu halten. Aber falls ich irgendwelche englischen Begriffe benutze, versuche ich die immer doch ganz gut zu erklären. Wenn man dann sowas wie Parthing oder Funnel-Truppen benutzt. Also, falls ihr da irgendwelche Fragen habt, auch immer gerne in den Chat. Die können euch da auch auf jeden Fall weiterhelfen. Und so schlecht sieht der Angriff jetzt hier gar nicht aus. Er hat noch eine Minute Zeit. Die Queen kann jetzt hier fast alles bis auf den X-Bau erreichen. Und wenn die Heiler sich... Die Zeit wird leider nicht reichen. Also, dafür ist es zu viel. Echt? Bei 75%. Ja. Eine Minute noch Zeit. Ja, aber das sind halt... Also, das reicht niemals. Echt? Also, ich würde sagen, das wird nochmal ordentlich knapp. Also, ob es jetzt reicht, weiß ich nicht. Er hat die Queen-Ability. Genau. Und eigentlich kann er alles erreichen, bis auf diesen einen X-Bau. Das heißt, er muss eine Mauer nur noch aufmachen. Und die Heiler... Boah, die Queen muss jetzt hier gleich gezündet werden. Kann die Queen den X-Bau doch da erreichen? Ach so, nee, da ist die extra Mauer. Habe ich kurz nicht gesehen. Das ist bitter, dass die Heiler auf dem Scheiß geworden sind. Ja, und ich auf der Queen. Ja, und jetzt lebt hier nur noch der X-Bau. Vielleicht wird das hier wirklich der erste Triple hier für Quebec. Nur noch der X-Bau lebt. Die Queen muss jetzt hier einfach nur noch durch die letzte Mauer. Das ist eigentlich nicht mehr so wichtig, weil... Das sind, glaube ich, drei, ja. Ja, doch, weil die Queen sonst eventuell gestorben wäre. Und dann hätten die Peckers nochmal durch die Mauer gemusst. Aber so langt es jetzt hier. Und der erste Drei-Sterne-Angriff hier für Quebec Fury. Ich habe mir aufgeschrieben, Lieblingstruppe von ihm ist der Baby-Trache. Und er hat einen Baby-Trache mit dabei. Dann hoffen wir mal, dass er nicht direkt an der Schwarze... Der Schwarze Miene stirbt. Ja, nee, hat jetzt genau ein Gebäude rausgenommen. Aber die Lunes schaffen dafür dann den Moby-Turm. Und damit hat er schon mal ein Funnel kreiert. Und die Queen, da wird nichts nach links abdriften. Genau, und auf der anderen Seite der Bowler-Bounce auf den Minenwerfer. Der funktioniert immer noch. Die Mauer präge jetzt hier. Richtig stark. Ja, wir kennen alle Bases. Ich glaube, die benutzen immer die gleichen Bases. Ja, diese Base hat nämlich Wale eben an. Auch mit Peckersmash da oben rein. Okay. Das war das, wo er den Jump-Zauber so spät gesetzt hat. Ah, ich erinnere mich genau. Da war was. Wie der es jetzt hier macht, ist aber auf jeden Fall schon mal interessant. Und zeigt halt auch, wie ähnlich wir dann ticken, dass die den gleichen Plan haben. Ja, er hat aber jetzt hier die Wächterfähigkeit am Rathaus gezündet. Und damit haben jetzt hier alle Bowler überlebt. Und ich bin mal gespannt, wie schnell die Truppen jetzt hier durch die Mauer kommen. Und jetzt auch er wieder das Problem, auch mit der Tornado-Falle, dass die Truppen jetzt hier sehr lange brauchen, um hier weiterzukommen. Und das war eben schon das Problem eben bei Wale. Jetzt hier der Sprung-Zauber. Wurde geworfen. Felsen werfe jetzt hier sehr schön auf den Multi-Inferno-Turm. Das war sehr stark gemacht. Und jetzt leben da eigentlich noch relativ viele Truppen. Adler geht jetzt hier auch da. Und das war eben bei Wale ein bisschen das Problem, dass der Adler da relativ lange überlebt hat. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Die Moons sind richtig stark, die da kommen links. Ja, und der Multi-Inferno-Turm geht hier auch nochmal da. Und er kann hier nochmal seine Queens zünden. Das sind drei Moons. Das ist der nächste richtig schöne Angriff hier von den Japanern. Die haben wirklich hier auf der Bühne nur richtig krasse Angriffe rausgehauen. Entweder war es ein ganz knapper Time-Fail oder wie hier ist das der nächste Triple. 50 Sekunden sind hier noch übrig. Er hat noch einen Eilzauber übrig. Oben das eine Lager. Das könnte echt nochmal eng werden, weil die Queen jetzt hier den Jump-Zauber nicht mehr nehmen kann. Und die Loons sind doch relativ langsam. Der muss jetzt hier den Eilzauber gleich benutzen für die Gruppe. In der Mitte. Genau. Und der Loons, sobald die da vom Goldlager irgendwie weg sind oder da in der Nähe sind. Das reicht aber dicke. Boah, 25 Sekunden. Was sagt der Chat? Langt das? Nächster Triple hier für das japanische Team. Und ja, der Lakai hat da auf jeden Fall schon sehr gut vorbearbeitet. Jetzt kommt der Swag-Zauber. Oh mein Gott. Swag. Auch nicht schlecht. Deine 11 Euro. Und jetzt sehen wir hier den nächsten Angriff vom lieben Thor. Von den Quick Attack von den Griechen. Und da bin ich mal gespannt. Mit dem Pekka-Smash. Ich weiß nicht. Wie nennt man die Taktik? Man nennt die ja nicht Pekka-Smash, sondern... Bo-Bets, oder? Achso, Pekka-Bo-Bet heißt das. Pekka-Bo-Bet. Okay. Okay, also Pekka-Bowler-Fledermaus-Zauber. Jo, genau. Und man will quasi bei der Taktik versuchen, in der Mitte so viel wie möglich rauszubekommen. Und dann mit den Fledermäusen den Rest der Base außen, was übrig bleibt, dann rausnehmen. Das sieht hier sehr gut aus. Hier schon beide Multi-Inferno-Türme raus. Der Adler dürfte hier auch gleich sterben. Und dann ist das hier auf jeden Fall schon mal sehr gut. Der Magier-Turm, wenn er da unten auch nochmal wegstirbt. Das sieht, glaube ich, sehr gut hier aus. Die Fledermäuse kommen jetzt hier. Das sind richtig viele. Unten die Queen auch immer noch am Leben. Jetzt ist halt wichtig, wohin gehen die Adlerschüsse. Die gehen jetzt hier auf den König. Das stört soweit nicht. Der Freeze-Zauber hier aber nicht gut. Der Freeze-Zauber hier nicht gut. Und der Multi-Inferno-Turm brutzelt da die ganzen Fledermäuse jetzt hier leider weg. Allerdings, seine Queen lebt da oben noch. Und die geht jetzt hier durch die Mauern. Und oh, was macht die Queen da denn schon wieder? Er müsste jetzt einen Loon auf den... Oh, guck mal da. Da kommt er. Auf den Tesla setzen. Ja, oben auf 12 Uhr. Genau. Die Queen sollte jetzt hier Richtung Multi-Inferno-Turm gehen. Schwerden drei. Unten leben auch noch zwei, drei Päcker. Und sogar noch richtig viele Bowler leben da. Das sieht man auch nicht so oft, dass die da bis zum Schluss überleben. Das sind auf jeden Fall drei. Einmal Queen zünden, dann holt die da alles raus. Die Queen wurde jetzt hier gezündet, um schneller durch die Mauer zu kommen. Multi-Inferno-Turm geht jetzt hier down. Allerdings oben jetzt hier noch das Gold, die Goldmine, die hier steht. Er freut sich hier. Aber in vier Sekunden sollten die Truppen das auf jeden Fall schaffen. Die Queen müsste jetzt hier... Ich weiß gar nicht, wo die Minions sind. Da waren noch Lakaien. Die sind anscheinend an einer roten Mine gestorben oder so. Anscheinend schon. Aber die Queen jetzt hier einmal durch fünf verschiedene Mauer durchgelaufen. Also die neue KI funktioniert manchmal richtig gut. Manchmal ist sie immer noch ein bisschen komisch. Auch Backstage schon Triple Gold gehabt. Oh, und jetzt muss er hier die Ring-Base angreifen und greift die Ring-Base mit E-Trach an. Und ich sag dir mal was, das ist immer das Unangenehmste. So eine Ring-Base anzugreifen. Wenn man die angreifen muss. Ich glaub auch, dass wir... Bei uns hätten wir das Danny angreifen lassen. Boah! Der Value von den Loons. Alter Schwede. Ey, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Die haben zwei Defenses rausgenommen, haben einen Funnel gemacht und haben zwei schwarze Minen getriggert. Echt? Und gerade weil er mit E-Trachen angreift, ist es unfassbarer Value. Ja, auf jeden Fall. So, Adler bekommt er jetzt hier auch relativ günstig. Hat jetzt die Ramme noch ausvisiert. Anvisiert. Ich hoffe, das ändert er dann gleich zum Felsenwerfer. Und er hat die Tornalofalle gerade ausgelöst mit den Verbaren von seinem König. Riecht zu gut. Okay. Ja. Geht leider die Luftabwehr da hinten nicht mehr. Ne, leider nicht. Die Queen in die falsche Richtung gelaufen. Jetzt kommen hier die nächsten E-Trachen. Der wird, glaub ich, sein... Der hat seine Ramme dabei, um damit ins Rathaus zu holen. Ach so, als Backend. Ja, genau. Da schenkt er wahrscheinlich gleich einfach da von 12 Uhr oder so rein. Von 11 Uhr. So, und jetzt gucken wir mal, wie die Bounces hier sind. Queen ist hier schon fast down. Jetzt relativ viele Luftskelette da. Oh, die E-Trachen fliegen in die Mitte. Und... Ja, geplant. Und das heißt, wenn er jetzt das Rathaus kriegt, dann wird er wahrscheinlich die Maschine umwechseln. Von der Ramme zum Zeppelin oder zum Slammer. Rathaus ist down. Und die E-Trachen haben sogar die Bombe gedodged, weil der Luftfeger da alle nach hinten geschoben hat. Und das sieht jetzt hier... Und guck mal, was er macht. Er wechselt die Ramme zum Slammer. Genau. Weil er das Rathaus bekommen hat. Und deshalb haben wir immer alle drei Siege-Machines in der Warteschleife ausgebildet. Damit man es zur Not wechseln kann. Aber leider... Sterben ihm unten die E-Trachen alle aus. Ja. Und in der... Im Felsenwerfer waren Valkyren drin, weil er wirklich 100% sicher sein wollte, dass hier das Rathaus dann stirbt. Luhn jetzt hier auch nochmal auf den Minenwerfer. Zwei E-Trachen, ja. Ja, das sieht gut aus. Aber die sind auch richtig low. Die sind richtig low. Schwarze Mine jetzt hier oben auch. Was macht jetzt hier der Warden? Ja, genau. Was macht jetzt hier der Warden? Bounces gehen nochmal. Das kann hier der erste Triple werden. Oh mein Gott. Der E-Trach hat ein HP. Aber es langt jetzt hier 25 Sekunden noch übrig. Die jubeln hier schon mal. Oh, das langt hier. Nice. Nice. Die, die... So. Und hier sind wir auch am Schluss angekommen. Dark Looters, die schlagen sich richtig wacker, gewinnen jedes ihrer Games und stehen damit auf Platz 1 in ihrer Gruppe und dürfen im Halbfinale gegen das richtig starke Team Blaze JP antreten. Und das seht ihr dann im nächsten Video, wie die sich da schlagen. Und falls euch das Video wieder gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Sagt den Maxi nochmal vielen lieben Dank. Der hat das wirklich wunderbar gemacht. Und dann macht's gut, haut rein und tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.